Okay, die Save-Leute sind jetzt also besonders sauer. Sehr schön. Mach ein Schläfchen. Hey, ist das Dach besetzt? So viel zur Overtüre. Der Hauptakt findet drin statt. Und dann der Epilog. Ah, da hinten ist die Klappe. Na dann aufs Fressbrett. Rein ins Getümmel! Oh, ich ziehe allerdings in Betracht danach, dann wirklich erstmal Pause zu machen. MJ, ich bin am vierten Ort auf deiner Liste. Sie tun noch nicht mal so, als ob sie legal seien. Jetzt sind die Gangster nicht mal mehr stolz auf ihre Arbeit. Ich versuche, was herauszufinden. Zehn Finisher und zehn Schwungtritte. Na, du hast ja Vorstellungen. Hm. Ich muss mal gucken, ob ich die beiden mit einem ausgeschaltet kriege. Nee. Wer hat das vielleicht? Nee. Und das war's! Ja! 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 Okay, Leute. Einmal Schwungtritt. Zweimal, dreimal. Viermal. Fünfmal. Sechsmal. Siebenmal. Was? Das ist simpel? Nee. Acht. Ich verrate auf Verstärkung. Wow! Neun. Zehn. Dann legen wir jetzt mit dem Finisher los. Okay, ich hätte mein Finisher-Potenzial so schon ausgereizt, indem ich auf dich gewartet habe. Verdammt. Das war dumm. Erledigt ihn! Aua! Ach komm, es sind noch genug für Finisher-Gebio. Ja! Neue Jungs! Ihr macht eure Sache bestimmt besser als die Typen, mit denen ich gerade den Boden gewischt habe! Peter! Das Geschäft importiert Computerteile. Ha! Ist mir neu, dass jetzt Laptops aus Waffen hergestellt werden. Also ist es ein Waffenlager? Nicht mehr lange. Ich räche mich jetzt für Jeff Davis und alle, die im Rathaus getötet wurden. Wo seid ihr denn alle? Der eine bringt mir nix, das ist nur wieder Finisher-Verschwendung. Ja, du Arschloch, du Wichser. Das dummes Mistfee von allen Dreckskriminellen. Na ja, klar. Jetzt seid ihr wieder alle zu fünft hier. Da sind noch mehr! Gut! Ich wollte fragen, was macht ihr in euren Masken, wenn ihr niesen müsst? Für mich ist das echt ein Problem. Attention, weißt du, wenn ihr es heißt? Du musst rein. Du kannst rührern! Pee more! Suuhh! Jetzt müssen wir mal langsam gucken, wie ich das noch hinkriege hier. Hey, noch mehr Besuch! Kommt rein, setzt euch hin! Wir spielen Charade! Okay, ich hüpfe einfach mal ne Weile rum. Ich glaube nur, dass das meine Fokusleiste gut genug auffüllt. Okay, scheißgauke. Ich bin ein Furster. Ich würde mich nicht mehr schütteln, wenn ich nicht mehr schütteln. Aber das ist ein Furster. Das könnte noch was werden. So, jetzt darf ich nur nicht dabei drauf gehen. Und ich gehe dabei drauf. Fuck, ey. Boah, wie ärgerlich. Jetzt denselben Scheiß nochmal. So, Leute, bitte alle mal sammeln. Ja, genau. Der böse Spider-Man ist hier. Ja. Ich wollte eigentlich einen 9er machen, aber okay. Ja, genau. Ja, genau. Ja! Ja, ja. Ja. L.A.R.E.D. Jaaa. Okay. Kann das sein, dass mein Zeug hier gerade nachlässt? Oh nein, Börsenmakler! Ja, scheiße! Was geht dazu? Ich hab also mal wieder... ...meine Finisher aufgegeben. Für sowas hier. Jaaa, neue Jungs! Ihr macht eure Sache bestimmt besser als die Typen, mit denen ich gerade den Boden gewischt habe! So, noch zweimal. Peter, das Geschäft importiert Computerteile. Ha! Ist mir neu, dass jetzt Laptops aus Waffen hergestellt werden. Also ist es ein Waffenlager? Nicht mehr lange. Ich räche mich jetzt für Jeff Davis und alle, die im Rathaus getötet wurden. Die Power now! Jaaa! Okay, diesmal hab ich ein relativ gutes Gefühl dabei, weil es sind noch so viele Leute da und genau in dem Moment muss ich natürlich wieder kurz von drauf gehen sein. Das sind noch mehr! Gut! Ich wollte fragen, was macht ihr in euren Masken, wenn ihr wissen müsst? Für mich ist das echt ein Problem! Okay, schalten sie jetzt endlich aus! Jaaa! Seh ich nicht ein! Seh ich sowas von überhaupt nicht ein! Ich guck mal, es gibt mal eine letzte Relay. Kommt rein! Setzt euch hin! Wir spielen Charade! Dann könnt ihr jetzt wirklich hier aufdrehen am Ende. Jaaa, ich weiß. Das sind grad ziemlich viele Ausschalter hintereinander. Ich würde mich gar nicht so anstrengend brauchen die vorher alle zu machen. So, das schon genau. Jaaaah! 'st! Das war keine Deitenfunken, Mariechen. Ich weiß nicht, ob ich noch was euch nach dem werfen kann. Ja, hier. Na, geht doch. Gut. Wieder Bonusmarken bekommen. Aber das bist du nicht. Drei Marken. Spur aufnehmen. Ja, ich sag mal wieder, ich will Schluss machen und immer wieder zieht es mich zum nächsten hin. Ich meine, komm, das ist nur eine Kingpin-Baustelle. Was soll schon passieren? Okay, muss ich mal kurz eine Pause machen. Moment. Moment.